Das Present Perfect Progressive, die Verlaufsform des Present Perfect. Ihre Enkel sind für Granny Penguin einfach das Allergrößte. Deshalb erzählt die stolze Oma ihrer Freundin bei jeder Gelegenheit, was ihre Enkel so machen. Albie rechnet schon seit über sechs Stunden. Der kleine Albie hat also vor einigen Stunden mit seinen Berechnungen begonnen und ist immer noch damit beschäftigt. Granny Penguin nutzt das Present Perfect Progressive, da es eine Handlung beschreibt, die in der Vergangenheit begann, Albie fing schon vor einigen Stunden anzurechnen und bis zum jetzigen Zeitpunkt andauert. Albie rechnet immer noch. Die Dauer oder der Verlauf der Handlung wird dabei betont. Um von den andauernden Aktivitäten ihrer Enkel zu berichten, braucht Granny Penguin also genau diese Zeit. Gebildet wird das Present Perfect Progressive mit have bzw. has, je nach Person, bin und dem Present Participle, hier doing. Das Present Participle, das auch ing-Form genannt wird, wird gebildet, indem an den Infinitiv eines Verbs, hier do, die Endung ing, gehängt wird. Als nächstes berichtet Granny von ihrem Enkel Paul. Paul singt jetzt schon seit einer ganzen Weile. Auch hier wird das Present Perfect Progressive mit has, been und dem Present Participle gebildet. Weil Paul bereits vor einiger Zeit mit dem Singen begann und immer noch fröhlich weiter trillert, wird auch hier die Dauer der Handlung durch das Present Perfect Progressive betont. Vorsicht! Im Deutschen gibt es keine vergleichbare Zeitform. Es wird stattdessen das Präsenz genutzt, also die Gegenwart. Die Dauer des Vorgangs wird im Deutschen oft durch das Wort schon hervorgehoben. Vielleicht fühlt ihr euch jetzt an das Present Perfect Simple erinnert. Das ist dem Present Perfect Progressive nämlich sehr ähnlich. Doch was sind die Unterschiede? Granny Penguin has just cleaned the kitchen. Granny Penguin hat gerade die Küche sauber gemacht. Dieser Satz im Present Perfect Simple verbindet, ähnlich wie das Present Perfect Progressive, die Vergangenheit mit der Gegenwart. Granny Penguin hat in der Vergangenheit begonnen, die Küche zu putzen und ist jetzt damit fertig geworden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Alles glänzt. Hier wird das Ergebnis der Handlung betont. Die glänzende Küche. Granny Penguin has been cleaning the kitchen all morning. Granny Penguin macht schon den ganzen Morgen die Küche sauber. Granny Penguin ist bereits den ganzen Morgen damit beschäftigt, die Küche zu säubern. Dieser Satz im Present Perfect Progressive betont wieder die Dauer oder den Verlauf der Handlung. Nicht das Ergebnis ist wichtig, also, dass die Küche bereits sauberer ist, sondern die Dauer von Grannys Putzaktion. Aber was machen eigentlich die anderen Enkel? Paula strickt schon den ganzen Tag. Das Present Perfect Progressive erkennst du wieder an der Form von has, bin und dem Present Participle, also der ing-Form. In diesem Satz wird auch ein Signalwort verwendet, das dir einen Hinweis darauf geben kann, dass hier das Present Perfect Progressive notwendig ist, nämlich all day. Auch folgende Zeitangaben sind Beispiele für häufig auftretende Signalwörter in dieser Zeitform. The whole day – den ganzen Tag. All the time – die ganze Zeit. All year – das ganze Jahr. Granny Penguin weiß immer bestens Bescheid, was ihre Schützlinge machen. Peter badet schon seit 30 Minuten. Weil Peter schon seit einer halben Stunde in der Badewanne sitzt, nutzt Granny Penguin das Present Perfect Progressive, um die Dauer hervorzuheben. Wichtig ist, dass diese Zeitform nur bei Tätigkeitsverben verwendet wird. Wörter, die einen Zustand beschreiben, bilden keine Verlaufsform. Das gilt übrigens für alle Formen im Progressive. Bevor wir schauen, was Grandpa Penguin eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, kommt noch schnell die Zusammenfassung. Das Present Perfect Progressive ist die Verlaufsform des Present Perfect. Es wird benutzt, um zu betonen, dass eine Handlung in der Vergangenheit begann, aber bis in die Gegenwart andauert. Die Dauer oder der Verlauf der Handlung werden betont. Albie hat vor einiger Zeit angefangen zu rechnen und ist immer noch damit beschäftigt. Gebildet wird es mit has, have, been und dem Present Participle. Doch zurück zu Familie Penguin. Was hat Grandpa Penguin denn so gemacht? Ah, er hat wohl auch ein Auge auf alles. Gebildet wird es mit einer Verlaufsform. 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 Untertitelung des ZDF, 2020